In den letzten Jahren haben sich etliche Gen-Signaturen wie etwa Oncotype TX, MamaPrint oder Endopredict etabliert. Diese Gen-Signaturen sind primär als prognostisch einzustufen. Sie versuchen mit hoher Spezivität und Sensivität Brustkrebspatientinnen in solche mit einem hohen Risiko und solche mit einem niedrigen Risiko für ein Rezidiv einzustufen. Diese Risikobeurteilung gelingt schon sehr gut und es wird auch die Ableitung versucht, dass Patientinnen mit einem hohen Risiko mehr Therapie benötigen als Patientinnen mit einem niedrigeren Risiko. Dozent Dr. Michael Knauer setzt sich nicht zuletzt seit seiner Habilitationsschrift mit dem Thema der individualisierten Brustkrebstherapie mittels Genexpressionsanalyse auseinander. In mehreren weiteren Studien konnte er nachweisen, dass der Einsatz des Genexpressionsprofils zur Verbesserung von Prognose und Prädiktion gerechtfertigt erscheint. Herr Dozent Knauer, welche Genexpressionsprofile sind heute klinisch verfügbar und für welche Settings? Für den klinischen Alltag sind schon mehrere Genexpressionsprofile verfügbar. Sie sind kommerziell erhältlich, sie messen verschiedene Eigenschaften des Tumors. Es gibt unterschiedliche Gene, die entweder über- oder unterexprimiert sind und die zu solchen Mustern zusammengefasst werden. Diese Muster betreffen dann entweder 16 tumorspezifische Gene oder 70 tumorspezifische Gene und messen im Großen und Ganzen Proliferation. Das sind diese Genexpressionsprofile der ersten Generation. Sie sind von der Aussagekraft her vergleichbar, würde ich sagen, haben gewisse Unterschiede, was das Material betrifft, aber treffen doch eine gute Vorhersagbarkeit über das frühe Metasasierungsrisiko. Also der Einsatz für diese Genexpressionsprofile ist Chemotherapie-Benefit für frühes Rezidivrisiko. Im Gegensatz zu einem anderen Genexpressions-Test, von dem wir auch noch gehört haben und auch hören werden, das ist Endopredikt, der für ein späteres Metasasierungsrisiko bei endokrin behandelnden Patienten eine sehr gute Aussagekraft hat. Wodurch zeichnet sich Endopredikt aus, der in Kooperation mit der ABCSG entwickelt wurde? Endopredikt wurde in mehreren Studien geprüft. Es war archiviertes Tumormaterial aus randomisierten Studien erhältlich. Wir haben das auch an unseren Studien nachvollzogen und somit besteht ein hohes Evidenzlevel für diesen Test. Man hat auch gesehen, dass hier sowohl für die frühen Rezidive als auch für die späteren Rezidive nach fünf Jahren eine sehr gute Prädiktion erfolgt. Das heißt, auch für die interessante Gruppe der Late Metastasis nach fünf Jahren trifft dieser Test eine sehr gute Aussage und wir erwarten uns eigentlich sehr viel davon. Ein weiterer Vorteil ist, dass dieser Test nicht in ein zentrales Labor in die USA oder nach Amsterdam geschickt werden muss, sondern durchaus in jeder Pathologie etabliert werden kann. Wo sehen Sie die Zukunft und wird ein Genexpressionstest in Zukunft routinemäßig eingesetzt werden? Ich denke, dass Genexpressionstests in der nahen Zukunft deutlich häufiger eingesetzt werden. Das größte Hindernis heutzutage ist der Preis, das muss man schon sagen. Es ist ein zusätzlicher Kostenfaktor für die Diagnostik, der eigentlich durch die Krankenkassen momentan nicht abgedeckt ist, zumindest bei uns in Österreich. In Deutschland sind die Krankenkassen schon übergegangen, das für viele Patienten zu bezahlen, auch in den USA. Und was klar ist, dass die Prognosebestimmung mit diesen Tests wie Onkotype und MamaPrint deutlich besser ist, als mit nur den herkömmlichen klinisch-pathologischen Parametern. Was wir auch gelernt haben in den letzten Jahren, ist, dass eine Kombination aus diesen beiden, nämlich die klinisch-pathologischen Parameter auf der einen Seite, die wichtig sind und wichtig bleiben und dieser Genexpressionstest. Und wenn man das Ganze kombinieren kann in einem Algorithmus, dann gibt es die beste Prognoseerstellung. Vielen Dank für das Gespräch und einen interessanten Abend heute hier bei Experts und TwinLinks. Herzlichen Dank, sehr gerne.